jo leute und herzlich willkommen zu einem weiteren video auf meinem kanal heute schauen wir mal in die sterne ich hoffe dass alles passt ich habe ein neues mic ich habe eigentlich eine neue cam ich hoffe es ist alles richtig eingestellt und ich kann das dann machen so ich werde mir heute 300 sterne können ich habe zwar schon 1600 und bis jetzt doch nichts gezogen also wirklich nicht mal körper und ich hoffe das ändert sich jetzt mit den 300 sterne weil made von mir dachte sich er gönnt sich mal 100 sterne einfach so und gettet da halt eine verfickte gungear in fieldtested und ich bekomme noch 1600 sterne nicht mal einen verfickten violetten trap was man aber dazu sagen muss er ist halt einer von den typen der lacht nur der macht eine case auf weil er die grad getrockt bekommt die 220 außen hebel dann kammer doppler oder wie man das mit phase 4 was es war tausend dollar also lauter so kuriose sachen passieren da aber ich verstehe nicht warum das nicht passiert so haben wir werden sich jetzt man kann sich maximal 100 sterne holen das heißt wir werden das auch dreimal machen weil ich hoffe ich bekomme da wenigsten purple skin wenn nicht geht die rechnung an dich Martin du weißt bescheid ich glaube ich werde den monitor hier auch noch ein bisschen verschieben wir haben able to drive your items bis zwei gehen so wir haben meine operation ist die geht man da finden eure weg das stück das heißt bei acht bei acht kisten sie haben wir schon mal wenigstens acht euro rief und den 40 was wir als zahlen für die 100 sterne und 218 irgendwas verstehe ich jetzt nicht aber egal wir gucken da einfach durch und hoffen dass wir da was nices bekommen der erste skin ist mal grau grau ist ganz gut blauer sticker graffiti noch eine kiste noch blauen sticker graffiti den nächsten graus gehen wirklich jetzt so dann haben wir hier noch eine kiste noch ein grafiti wir haben einen bluen ding das heißt wir sind jetzt circa hier jetzt wieder ein grafiti wo ist denn ich hier ach so das kommt nicht nach der reihe es kommt einfach im durcheinander ok verstehe ja grau da haben wir jetzt wenigstens mal den violetten einen holo sticker aber ist es halt auch nichts wie jetzt da schon wieder grau das wird glaube ich ist doch ziemlich witzig noch mal grau grau ist beide weder schlechteste was man bekommen kann falls das jemand nicht weiß es gibt grau hellblau blau violette pink und dann rot und ab violett wird es eigentlich schon interessant aber sogar bei den sticker bekommen wir den letzten schmutz ok jetzt glaube ich der zweitdeuerste skin von den roten die jeweils noch mehr wert wir sind wirklich ist nur grau ja das wird lustig okay wir haben hier jetzt immerhin schon mal hellblau die dual birds in wenn nicht ft oder was das sein soll kiste ist es die grafiti und schon wieder grau ja ach so dass wir sind schon durch wir sind schon durch mit den ersten 100 scheren also wir haben von den skins her eigentlich jetzt einmal hellblau hier einmal hellblau sonst nur grau sonst nur grau alles grau bei den stickern hatten wir glaube ich auch noch einmal violett sonst alles blau wow so ok den nächsten 100 geben bitte gönn mir doch das ist eine kiste ok als maul grafiti ja nimmer mit blau wir haben schon mal blau blau ist es auch noch nicht so wirklich insane aber es ist bis jetzt das beste was wir so an den skins herz bekommen haben das ist hellblau sie können zu können was wir zu den Leuten empfiehlt die stelle ist wieder neuerung ja noch dann werde ich mir nimmer es als grau aber jetzt auch noch nicht das was ich weh schon wieder grau ja da haben wir schon wieder grau kisse grafiti blau 20 20 aber könnte man sich für einen trade up auf die sete nehmen ein sticker blau oh shit ich habe mich verklickt ich habe mich verklickt ich habe nur kurz oh mein gott hm 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 ja wir müssen nachgucken das ist gut wir haben hier ein foil das ist auch gut Wo sind die eigentlich? Sind die mehr als einen Euro oder weniger? Also unter einem Euro. Warten Sie mal, 4,20 Euro ist der Sticker jetzt wert. Was ist dann der Holo-Wirt? 4,20 Euro für den Vollsticker? Das flashte ich gerade ein bisschen. Oh, nur einen Moment. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Was ist? Okay. Ich habe auch ein Stück davon. Wow. Zum Glück habe ich mir das alles noch aufgehoben und auch nicht verkauft. Stell dir vor, ich hätte das für, wenn nicht, 1, 2 Euro verkauft den Sticker. Jetzt bekomme ich das Doppelte. So, aber egal. Wir kommen jetzt schon wieder zu den letzten 100 Sternen. Eigentlich. Das ist schon wieder traurig. Das ist bestimmt jetzt traurig. Weil wir haben bis jetzt einmal blau. Ja, einmal blau. Das war das Beste. Sonst vielleicht weiß ich nicht wie viel hellblau. Aber hellblau tut ja nichts zur Sache. Das ist ja nichts wert. Schlauze. Eine Kiste. Und Graffiti. Wäre okay. Ja, ist grau. Das ist grau. Blauen Sticker. Graffiti. Und bei den Stickern, wo ich weiß, dass die so viel wert sind, will ich in den verfickten hellblauen... Ah, hellblauen. Ich will in den verfickten Pink... äh, glanz. Mit 20, ich nehme mal mit. 20, Alter. Wow. Schon wieder grau. Das ist ein Witz. Game, bitte. Fick mich endlich. Graffiti, noch ein Skin, okay. Schon wieder grau. Blauer Sticker. Graffiti. Okay, aber die AK schaut clean aus. Die schaut richtig clean aus. Die schaut so richtig clean aus. Cleaner könnte die gar nicht sein. Die sehe ich nicht. Vielleicht auch Low Float. Nee. Die ist ein Scratches. Das ist keine Low Float. In der Case. Graffiti. Hellblau. Die, äh, Max7. Ja, die ist aber jetzt nichts wert. Da wirklich zwei. Oh, ist dick. Okay. Graffiti wieder. Kiste. Blau. Graffiti. Game. Please. Okay. Aber cool, dass ich da auch gleich, wenn er auch schon mit Knife habe. Also. Ja. Ändert aber trotzdem darin nichts, dass ich nur grau ziehe. Also es, ähm, ja, die 300 Sterne, die sind schnell weg und nichts bekommen. Da haben wir noch einen Holosticker. Eine Kiste. Noch ein Graffiti. Ja. Puh. Nein. Puh. Puh. Kiste. Nochmal der Blue-Sticker. Dann noch ein Graffiti. Ach komm doch, Alter. Das war sogar schon wieder der Letzte. Das belastet mich grad. So. Aber wir gucken sich jetzt mal die AK. Inspekt. Warte mal. Der kann sogar nicht weh. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Wo war die M4? Die wieder. Also irgendwie. Ah, da ist sie. Haben's. Meine Augen halt hier. Bisschen Sachen für 0,06. Sechstes. Das ist neu. Das ist eben. Was ist das wert? Wow. 1,20. Wow. Ähm. Okay. Ja, also. Eigentlich. War das jetzt ziemlich. Ne Minusaktion. Eigentlich. Ich mein. Wir haben jetzt. Acht. Bekommt ein paar hundert Sterne. Sechster. 24 Kisten. Das heißt. Wir haben 24 Euro in etwa. Mit den Kisten. Bag. Des Kins. Könnte man sich auch noch. Zusammenrechnen. Aber mit der Eva. Ich sag mal. 50. 75. Kann man wieder zurück. Aber ich glaube nicht. Das wird jetzt. Oberall. Mehr als 100 Euro. An. Items. Rausbekommen haben. 400 Sterne. Sind 120 Euro. Also. Hm. So. Aber. Ich wäre nicht ich. Wenn ich jetzt draufhören würde. Ich gönne mir da jetzt noch was geht. Wir haben hier 7. Komm ich hier. 31. Geht sich aus. 80 Sterne. Jungs. Sind immer noch mit. 380 Sterne. Ich möchte doch nur. Wenigstens einmal. Einen violetten Skin. Das wäre schon. Eine Sensation. Aber wir kommen hier schon wieder. Grau. Noch eine Kiste. Ein Graffiti. Ein Blue Dings. Ja das ist. Ein paar Euro. Wenn überhaupt. Keine Ahnung was die. Aktuell wird sind. Ja. Okay. Ein Blauen Sticker. Ey. Okay. Die USPS ist ja ein Headlock. Noch einen Hulu Sticker. Keine Kiste. Malen Sticker. Und. Den als rot. Jetzt glaube ich noch der dritte teuerste Skin. Bzw. der zweit schlechteste. Gibt ja nur 4. Game please alter. Wieso. Fickst du mich so nicht. Das geht doch nicht. Ich bekomme doch nur. Das ist abnormal. Wirklich. Das kann mir keiner erzählen. Okay. Die Kiste. Ja. So. Ich glaube. Einmal kommt jetzt noch ein Skin. Ich hoffe der kommt nicht. Der ist wieder Grau. Waaah. Ja. Rip. Rip. 2036 Sterne. Und. Der ist wieder Grau. Nicht. Ähm. Mal. Violett. Bekommen. Das ist. Oh. Und da gibt's. Der. Und hier wird. Einmal 100 Sterne. Und bekommt eine Gun Gear. Das ist so unfair. Das ist so unfair. Ja. Gut. Das war's dann. Aber schon wieder. Ähm. Wir haben jetzt. Zirka 150 Euro. Glaub ich. In Sterne reingebuttert. Und. Ja. Ich werde das ganze mal. Zusammenrechnen. Danach. Und. Vielleicht werde ich's dann noch. Irgendwo hier einblenden. Was. Da jetzt noch so rausgekommen ist. Und. Ja. Ist eigentlich. Ich hätte mir. Ich hätte mir schon ein bisschen mehr erhofft. Also. Ja. Was. Was soll ich denn da sagen. Was soll ich denn da machen. Ich glaube mein Account ist einfach verflucht. Na egal. Über den Daumen nach oben würde ich mich freuen. Wird mir auch viel helfen. Na überhaupt das ist so eine Aktion. Aber könnten wir mal in die Kommentare schreiben. Habt ihr Bock auf nochmal sowas. Weil ich. Ich. Mich wird schon noch. Mal im. Im Finger jucken. Hier da nächste Woche oder so. Bevor die Operation endet. Dann nochmal. Ein paar Sterne zu holen. Und. Ja. Schreibt es mir einfach mal in die Kommentare. Wie ihr da nochmal Bock drauf hättet. Und dann sage ich auch nochmal. Tschau. Und jetzt dreht sich gerade noch die Facecam ab. Dann sage ich auch nochmal. Tschau. Und bis zum nächsten Mal. Oh ja. Tschau. Tschau. 微